Guten Tag, verehrte Zuschauer. Nach den kritischen Bemerkungen zum Auftakt von vor einer Woche beginnen im Studienprogramm Chemie im ZDF nun die eigentlichen Studiensendungen. Der Weg führt uns in jene Welt, in der sich alle chemischen Umwandlungen vollziehen, die sich ihrerseits aber der menschlichen Vorstellungskraft entzieht. Gemeint ist die Welt der Atome. Wir wollen diesen Weg gemeinsam mit Ihnen gehen, nicht als Gewalttour, aber dennoch mit dem festen Vorsatz, das uns gesteckte Ziel zu erreichen. Seien Sie also in den nächsten 30 Minuten bereit zu einem Aufbruch in die atomare Dimension.